Oh, hoffentlich ist der nicht genauso fies wie bei uns. Was für eine abscheuliche Visage. Hallo, sei mir gegrüßt. Oh, leck mich am Ärmel, der klingt ja genau wie Freezer. Das war ein wirklich guter Kampf. Ich fand es imponierend, wie du Botamo besiegt hast. Ich fühle mich sehr geehrt, mich mit dir messen zu dürfen. Möge der Bessere gewinnen. Ja, auf einen guten Kampf. Meine Damen und Herren aus dem siebten Universum. Ich bedauere es zwar, dass wir uns auf verschiedenen Seiten gegenüberstehen, doch ist und bleibt dies hier ein sportlicher Wettkampf. Natürlich will jeder, dass sein Team gewinnt, aber ich bin sicher, dass wir uns am Ende die Hände reichen und zu einem fairen Duell gratulieren können. Ich bitte Sie nun, unseren Kampf genau zu verfolgen. Es wird bestimmt sehr spannend. Danke, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Seine Stimme und sein Aussehen scheinen das Einzige zu sein, was er mit Freezer gemeinsam hat. Ach du heiliger Bim Bam, der Typ ist ja das genaue Gegenteil von Freezer. Ich hatte ja mit allem gerechnet, aber damit? Also dann, ringen frei! Ich bin gespannt, was der drauf hat. Hm. puzzelt so good! Es ist ein heel objects isoliert. Also, ich habe es открыt. Ich habe es versucht, es zu halten. Entschuldigung! Es ist wichtig, wie ist denn, obwohl ich das nie entstand zu dem heißermel Schatz? Es ist wichtig,